Heute geht es nach längerer Zeit mal wieder um Kamera Equipment und um ein Produkt, das ich schon länger im Einsatz habe. Es handelt sich hierbei um ein Stativ, das mich bereits so oft begleitet hat und in diesem Video kläre ich, warum das mein Foto 055 ein von besonders vielen Foto- und Videografen genutzte Stativ ist und natürlich ob es ein Kauf lohnt. Viel Spaß! Das Grundgerüst des Stativs ist sehr hochwertig verarbeitet. Alle Beine bestehen aus Metall und zwei der drei Beine haben für einen griffigen Halt dann noch einen Gummiüberzug, wie man das so von vielen Stativen kennt. Die von Manfrotto als Quick Power Lock bezeichneten Feststellhebel stellen das Stativ in den unterschiedlichsten Höhen sehr stabil ein und wackeln auch sonst nicht. Zur Ausrichtung auf unebenen Untergründen hilft noch eine Wasserwaage, über der dann ein 3,8 Zoll Stativgewinne zu finden ist. Das heißt, dass eure Kamera nicht direkt drauf passt, was aber nicht wirklich schlimm ist, da man zur maximalen Flexibilität sowieso einen Kugelkopf oder gar Fluidtet nutzen sollte. In Kombination mit der um 90 Grad drehbaren Mittelsäule, die trotz schwerer Kamera in der Lage noch recht stabil ist, sorgt das für maximale Kreativität bei Makroaufnahmen oder Overheadshots, wie ich sie so gerne in vielen meiner Videos mache. Dabei kann man dann auch die Länge der herausragenden Mittelsäule bestimmen. Bestimmbar ist natürlich die Höhe. Von 61 cm im geschlossenen Zustand bis zu 1,70 m im voll ausgefahrenen Zustand kam ich wirklich nicht an meine Grenzen. Aber für den Transport ist es nicht das allerbeste Stativ, da es verglichen mit anderen Stativen nicht das kleinste ist und mit seinem Gewicht von etwa 2,5 Kilo ist es auch nicht das leichteste und da sollte man das auf jeden Fall vor dem Kauf beachten. Bestaunen könnt ihr dagegen aber den sogenannten Easy-Link-Anschluss unter einer Mittelsäule. Foto- oder Videografen, die viele Zubehör nutzen, können den 3,8-Zoll-Stativ-Eingang vielseitig nutzen, falls man mal bestimmtes Zubehör nicht an einem Camera-Cage oder so befestigen möchte. Vielseitig sind auch die Aufstellwinkel, die das Stativ hergibt. Sie sind bis auf den einrastenden Standardwinkel stufenlos verstellbar, aber auch bei einem sehr flachen Winkel ist das Manfrotto 055 nicht wirklich für Bodenfotografie geeignet, da man die Mittelsäule nicht so einfach herausnehmen kann und dann gleich die 3,8-Zoll-Platte direkt auf das Stativ setzen kann. Mit dem 90-Grad-Wickel ist die Tiefe zwar erreichbar, aber dann hat man wieder Ausrichtungsprobleme, bräuchte einen Kugelkopf und hat eine etwas schlechtere Stabilität. Allgemein schlecht ist die Stabilität des 055 aber keineswegs. Alles steht sehr stabil und Wackler war bei mir nur wegen des Zubehörs vorhanden, denn ich habe wirklich nicht den neuesten Fluid-Head. Die nicht wirklich gute Eignung für die Bodenfotografie ist aber auch das einzig große Manko. Wenn ich noch etwas kritisieren müsste, dann dass die Feststellhebe der Segmente manchmal etwas schwer zu bedienen sind und dass leider keine Tragetasche mitgeliefert wird. Für den Preis hätte man das zwar schon irgendwie erwarten können, doch mit einem aktuellen Preis ab 170 Euro lohnt sich das Stativ in meinen Augen schon. Hochwertigkeit und Stabilität und gute Erweiterungsmöglichkeiten sowie eine gute Langlebigkeit sind die Gründe, die dieses Stativ zum Besitz vieler Foto- und Videografen machten. Meine Kaufempfehlung habt ihr und als Anfänger gibt es genug ausreichend stabile Stative für unter 100 Euro, aber ich wollte eben etwas Langlebiges, Stabiles. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder Abo da. In Zukunft wird auf jeden Fall noch das ein oder andere Equipment-Video auf diesem Kanal folgen. Bis dahin. Tschüss! Auch bestimmbar ist natürlich die Höhe. Von 61 Zentimetern im geschlossenen Zustand bis zu 170 Meter. Bis dahin. Tschüss! Bis dahin. Tschüss!